Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Diamant Nasslock Challenge. Im letzten Part haben wir es endlich geschafft, die Siegelstraße zu erreichen und nun sind wir hier auch direkt im ersten Schritt. Und nun stehen wir hier mit unserem Level und es wird Zeit auch direkt ein neues Pokémon zu fangen. Ich bin gespannt, was uns in die Hände läuft, denn hier gibt es sehr viele Pokémon, die wir auch schon haben. Oder zumindest deren Entwicklungsfamilie dazugehören. Ich bin gespannt, was wir kriegen und es ist ein Golbert, ja. Haben wir schon, haben wir schon, schon, schon halt, ne? Hier bist du schon, ja, genau. In Form von Steve. So. Ich weiß, es gibt hier Onyx. Wir hätten ja schon mal eins fangen können. Was mir sogar viel Liebe ist, wäre ein Stalos. Das gibt es ja auch tatsächlich. Denn Onyx können wir nicht direkt in Stalos verwandeln. Das heißt, wir müssten tauschen können, aber das geht hier leider nicht. Hier gibt es auch Gerog und so ein ganzen Kram und Militalis gibt es ja auch. Ich glaube, es macht keinen Sinn, hier einfach so rumzulaufen und darauf zu warten, was das Pokémon kommt. Ich glaube, wir sollten einfach mal, erstmal einfach weitergehen. Und im Laufe des Ganzen wird schon irgendwo das Pokémon auftauchen, was wir brauchen. Dann werden wir mal schauen. Jetzt kommt ja eh genug, okay. Bam, bam, bam. Militares, ja, haben wir ja auch schon, ist zufällig, bei uns im Team. Sind auch schon auf Teamniveau, theoretisch. Das wäre ziemlich cool. Ein Stalos wäre jetzt so unglaublich geil, Leute. Boden, Stahl. Wir hätten noch ein Stahlpuckmann und noch ein Bodenpuckmann. Das sind beides sehr gute Typen. Stahl in Defensive, Boden in der Offensive tatsächlich, weil es ja fünf Typen effektiv angreifen kann. Und zwar sehr wichtige Typen. Macht Sinn, Schutz anzuwerfen. Also, ja, sind hier eh alle auf Stufe 45. Und ich würde deswegen Schutz anmachen wollen, damit auch nur die Starkpuckmann kommen. Aber, naja, ich glaube, es kommt eh nur. Die auf der höheren Stufe, ja. Ich glaube, die gibt es nicht in Nidka. Das glaube ich nicht. Na gut. So, present. Du kannst wieder fliehen. Das heißt, wir können den, äh, da wird den Schutz eh nichts bringen. Probieren wir es mal so. Ich käme weiter, damit ich immer höher in die Lüfte aufsteigen kann. In einer Höhle. Das funktioniert. Das werde ich dir zeigen. Aua. Ich bin gegen die Decke geknallt. Tja, sowas soll es auch geben. Vogelfänger Galina. Mit einem Noctu. Mensch. Ich habe heute irgendwie nur Pokémon gesehen, die zu unserem Team gehören oder gehörten. Nur eben ein blödes Matchup für mich. Aber es werden wir gleich ändern können. Dann setze ich einfach mal World of X ein. Ich wollte so dringend ein Elektro-Pokémon. Das wäre auch so gut. Aber Mert ist ja tot. Das ist so schade. Er hat es bis heute bestimmt überlebt. Bin ich mir ziemlich sicher. Und da kommt sein Sonnensensor. Wäre ja auch sehr effektiv gewesen auf present. Was mir nicht so gefällt. Das macht sogar recht viel Schaden. Da muss ich aufpassen. Dann darf ich ja den Surfer dabei. Und World of X. Ich bin sogar schneller. Wow. Ich brauche dringend den besten... Ein besseres Move-Pool hier für World of X. Ganz dringend. Und dass es wenig Schaden macht, hätte ich mir eigentlich denken können. Weil ihr eine ganz gute Spitzarverteidigung hast, Noctu. Nicht wahr? Das wissen wir eigentlich schon. Ich habe es nur vergessen. Ich kann eigentlich gleich wieder rausgehen, weil wir kaum Schaden machen. Ich kann Joey reinwechseln. Naja, das sollte ich auch tun. Gut, dass wir wieder einen Gastrodon dabei haben, Leute. Das darf nicht sterben. Ich glaube, wir haben dann keine Möglichkeit, mehr eins zu fangen. Aber es wäre dann auch schon als dritte Gastrodon. Das wäre auch schon ein bisschen hart. Oh, es macht wirklich recht viel. Also es ist der Step natürlich. Aber dafür, dass Noctu so einen schlechten Angriff hat eigentlich, war das doch recht viel. So, ich gehe jetzt auf die Kaskade, Leute. Ist da Step und physisch offensiv. Und ihr wisst, dass Noctu eine gute Spitzarverteidigung hat. Gut, dass wir ihm die beigebracht haben. Können wir gleich auf seiner schlecht besetzten Seite dann angreifen. Jo, und das reicht sogar fast. Ein Surfer hat nicht mehr so viel Schaden gemacht, glaube ich. Hier ein Luftstand. Das wird uns auf jeden Fall nicht flinschen, weil wir jetzt schneller waren durch die Fliegenklaue. Aber die Noctu hat schon ganz schön viel Schaden gemacht, muss ich sagen. Und nochmal Fliegenklaue. Sehr gut. Beides mal gemeddert quasi. Na gut, tschüss, Noctu. Man sieht schon, hier sind Pokémon, die etwas stärker reinhauen können. Da müssen wir auf der Hut sein. Auf der Hut-Hut. Wisst ihr, ne? Das ist die Vorbilder von Noctu und so. Ja, ja. So. Ist schon wieder viel zu spät. Ich sollte aufhören, so spät aufzunehmen. Staraptor. Du bist ja auch ein Vogelfänger. Ich hätte mir denken können, dass du dazu noch ein Flugprogramm kommt. So. Ich meine, Vogelfänger kann man schlecht einschätzen. Also zu sehen, ob das wirklich Vogelfänger sind von außen. Weil das ist ja der Ast-Trainer-Sprite. Deswegen etwas schwerer zu sehen. Nahkampf. Okay, hätte ich jetzt mitdenken können, dass er jetzt kommt eigentlich. Oder so. Wie sturzt du? Das sollte ich aber überleben, ne? Das soll doch ein bisschen mehr. Ein Crit hat jetzt ausgereicht. Weil so muss ich echt verdammt aufpassen, Leute. Die sind eben einige stärker in diesem Fall. Ich muss mich jetzt umstellen. Das sind stärkere Trainer hier. Und auch nicht mehr alle von Typ Wasser. Also auch nicht mehr leicht predictable. So. Der Surfer reicht tatsächlich ohne Crit. Sehr gut, Joey. Ich bin sehr stolz auf dich. Dabei haben noch nicht allzu viele EVs verteilt auf ihn. Aber immerhin hast du es überlebt. Immerhin. Na gut. Scheitert hat mich auf den Boot der Tatan zurückgeholt. Hier, bevor du dir den Nacken brichst oben an der Decke. Das wäre ja auch ziemlich blöd, ne? Okay, ich muss mehr aufpassen, Leute. Ich hatte gerade noch drüber geredet. Wir dürfen das Ding sterben lassen. Dann wäre es fast passiert. Gefährlich. Ich meine, wie hoch ist die Critch-Jones hier noch in diesem Spiel? Die ist gar nicht mehr so niedrig, glaube ich. Wir müssen aufpassen. Bum, 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 bum. So. Super Tränke. Wo habe ich euch? Ihr seid ganz unten, glaube ich, ne? Ich muss aufpassen, weil meine Kuh-Milk jetzt schon fast wir alle. Ich hätte vielleicht vorher wieder einkaufen sollen. Das wäre eigentlich mal so dumm gewesen, glaube ich. Bum, 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 bum. Na gut. Gehen wir weiter. Gucken wir, wo wir landen hier beim Pokéball. Bei dem Hyper-Eiler. Oh yeah. Na dann. So, gehen wir mal zurück. Ich denke mal, wir brauchen wieder Kaxler. Und ich sehe schon. Wir müssen wieder VMs opfern. Hätte ich mir vordenken können, dass wir wieder VMs brauchen. Und da ist unser Encounter. Und auch sogar ein Stahlos. Oh mein Gott, wie nice. Wie nice. Ich hatte es erhofft. Und wir kriegen es tatsächlich. Wir kriegen tatsächlich Stahlos als Encounter. Wie cool ist das denn? Ich meine, Onyx taucht häufiger auf. Okay. Stahlos greift physisch an. Physisch offensiv. Ich hoffe, wir würden eine Attacke überleben. Ich hoffe, dass noch Stachelspore trifft. Wir sind ja auch schneller, ne? Ja, trifft wunderbar. Sehr gut. Dann wird das schon mal erledigt. Jetzt müssen wir es noch irgendwie so klein wie möglich schwächen. Wir müssen aufpassen. Eisenschweif. Oh, das wird weh tun. Step. 100 Step. Äh. 100 Step, sag ich schon. 100 Base. Bitte pressen. Überleb das. Oh, das tut echt weh. Und senkt auch noch die Verteidigung natürlich. Gib mir alles, was du kannst. Sofort auswechseln. So. Ja, Bazi. Komm. Ist das safe, was ich machen kann. Ist das safe, was ich machen kann. Ich habe auch genug Bälle. Mein Gott, wir kriegen echt einen Stahlos dann. Das wäre so geil. Ich darf mich hier zu früh freuen. Kannst du immer noch besiegt werden. Und Knöscher kannst du auch schon. Ui. Alte Schwede. Also. Macht echt vergleichsweise Schaden. Ich mach mal den Reflektor an. Man weiß ja nie. Und das Schöne ist, wir sind ja sogar schneller. Weil du ja paralysiert bist auch. Ich glaube, ohne Paralyse wäre der Stahlos schneller. Ist auch, wenn das Ding langsam ist. Und Feuerodum kannst du auch schon. Kannst auch speziell angreifen. Mensch. Ich verlieb mich so langsam in das Ding. Wie nice wäre das denn bitte? Bitte keine Paralyse? Natürlich. Jetzt sollte ich wieder langsamer sein, Leute. So schnell hebt sich das auf. So. Sonnensensor. Das war abzusehen. Aber ich bin trotzdem schneller. Und du machst Eisenschweif. Aber du triffst nicht. Okay. Trifst auch nur zu 75%. Das darf man nicht vergessen. So. Ich komme durch. Treffe. Wie viel Schaden macht das? Es gehört die Spezialverteidigung. Die Füsche ist ja die eigentliche Stärke von Stahlos. Okay. Das macht ganz eis total in Schaden. Also so zum Schwächen gedacht. Boah. Stahlos ist so nice, Leute. Ich habe davon geträumt, dass wir uns kriegen. Und wir kriegen es tatsächlich. Wow. Das war ein Crit nice. Das war interessant. Na gut. Du greifst ja eher physisch an. Und hast auch eine eher physische Verteidigung. Das heißt auch, wenn ich dich einsetze, muss ich dringend ganz stark darauf aufpassen. Ich glaube tatsächlich, dass ich Noctur aus dem Team rausholen werde dann. Das glaube ich ganz ehrlich. Okay. Ich werde jetzt nicht mal angreifen. Oh. Ich kann sogar zurückschrecken. Nice. Denn ein Crit würde jetzt reichen. Das wäre nicht so cool. Finsterball. Er ist an diesem Doppelort noch sehr effektiv hier. Besser als der Hyperball. Also. Probieren wir mal unser Glück. Oh mein Gott. Starlos. Wie die Garten. Wie nice. Okay. Noch haben wir es nicht. Und es sieht noch nicht danach aus. Es hat auch keinen Bock. Knirsch. Ich muss mich jetzt mal heilen. Weil wenn jetzt der Reflektor flöten geht, halten wir eventuell. Ja. Da ist er auch schon weg. Und wenn ein Crit kommt, haben wir eventuell ein Problem. Okay. Der Crit würde auch durch den Reflektor gehen. Ein ganz super Trank. Der hält mich. Wow. Ich. Ich passe das immer genau gut ab. Dass ich genau 50 KP heilen kann. Das ist schon wieder cool. Gut. Bazi wird eh nicht mehr angreifen. Außer ich setze nochmal Lichtkammer ein. Das ist ja auch nicht so effektiv. Ich weiß nicht, was besser wäre anzugreifen. Obwohl. Ah. Ich glaube nicht mehr, dass ich angreife. Soll ich das tun? Ich weiß es nicht. Das macht eh viel wenig Schaden. Viel weniger. So komm. Ich will dich einfach nur fangen. Dann kann ich tatsächlich Klausi erstmal aus dem Team rauswerfen. Wir haben ja sowieso schon Flug-Pokémon. Aber Stahlos wird so fucking nice, Leute. Eins. Zwei. Drei. Yes. Leute. Wir haben einen Stahlos gefangen. Wie nice ist das denn, bitteschön. Holy shit. Wie geil. Oh. Mein kühlster Traum geht in Erfüllung. Was für ein Team. Wir müssen uns da gerade aufbauen. Stahlos. Stahlbohr. Hoher Druck und hohe Temperaturen haben seinen Körper härter als Stahl werden lassen. Ne, das war ein Metallmantel. Aber egal. Natürlich kriegst du einen Spitznamen. Ich hab jetzt leider nicht meine Liste offen. Weil ich vergessen hab, dass wir noch einen Encounter fangen können. Ein kurzer Moment, Leute. Ein kurzer Cut. Ich schau mal kurz, was wir ihm für einen Namen geben. Bis gleich. So Leute, da bin ich auch schon wieder. Jetzt hab ich, glaub ich, auch einen Namen. Und zwar geht's da um jemanden, den ich schon Ewigkeiten kenne tatsächlich seit meiner YouTube-Zeit. Aber ich hab schon länger jetzt noch nichts mehr mit ihm gemacht. Das ist der gute Zero of Time. Und sein Name passt perfekt hier rein. Und vor allem, weil es sich reimt, ist es umso besser, ne? Ja. Ich werde ihn wahrscheinlich eh die ganze Zeit Zero nennen. Aber seinen Namen möchte ich trotzdem komplett jemanden drin lassen. So. Moment. Er passt tatsächlich perfekt mit 10 Buchstaben. Das ist doch wunderschön. So. I-M-E. Ich hab's gleich, Leute. Ich bin gleich soweit. So. Zero of Time. Herzlich willkommen im Team. Oh, wie nice, Leute. Ich bin gehypt ohne Ende. So, ich muss mal ganz kurz jemand anderen hier nach vorne lassen. Am besten Schiro, der kann auch schnell fliehen. Denn ich hätte gerne Stardust so schnell wie wirklich im Team. Oh, wie nice, Leute. Wie nice, Starlos. Ich fass es nicht mehr. Ach, wir hatten sogar noch einen Schutz aktiv. Oh, den hatten wir ja noch vor dem letzten Part. Okay, jetzt taucht sogar Gerog auf. Na gut. Oh, Leute, wir haben Starlos. Okay, es wäre nicht mehr wirklich viel andere Auswahl gewesen. Also, Onix wäre noch wahrscheinlich gekommen. Aber es hätte uns nicht wirklich viel gebracht. Jetzt habe ich meinen Gang zurückgesetzt. Entschuldigung. So. Der Klaus, es tut mir leid. Du hast viel getan fürs Team. Also, fast. Auch eine gewisse lange Zeit. Aber ich werde dich jetzt erstmal zurück beordern. Wo hast du eigentlich gesessen? Hier ist erstmal Starlos. Der gute Zero. Oh, mein Gott. Wie nice, Leute. Ach ja, Skrump Trink ist ja auch noch hier. Mega Baum TV. Ich werde dich erstmal hier absetzen. Hier ist euer Platz. So, wie sieht es mir denn hier eigentlich aus? Hart. Oh, mein Gott. Wie cool. Hartes Wesen. Was ein nices Wesen. Also, steigt Angriff, denkt Spezialangriff. Und der Angriff ist auch wichtiger bei Bestimmung. Obwohl, der Spezialangriff ist auch in Ordnung. Also, kann man auch nutzen. Finalschlag. Ja, da will ich hoffen, dass die Fähigkeit niemals aktiviert wird. So. Wie sieht es bei dir aus? Locker. Was war das noch für ein Wesen? Ich habe es vergessen. Egal. Habt es auch, wir haben Starlos. Oh, mein Gott. Leute. Ihr seht es selber, oder? Oh, wow. Verteidigung 222. Also, ich weiß jetzt nicht, welcher Wetter der Stärkste ist. Das kann man nicht so eindeutig sehen, finde ich. What the fuck. Vor dem Eisenschweif knirscht der Risikodeckel. Okay. Oh, mein Gott. Wie nice. KP auch gar nicht mal so schlecht. Angriff ist natürlich auch gut. Spezialangriff. Na gut, Spezialverteidigung. Ja. Und Initiative, da brauchen wir gar nicht mal drüber reden, aber die brauchen wir auch gar nicht. Oh, mein Gott. Ich muss sie erstmal kurz sortieren. Weil hier gibt es einige freien Stellen. Die muss ich immer wieder zurück beordern. Scherani war hier, glaube ich. Und Parsi war ja hier. Dann kann ich euch mal umstellen. Weil die anderen freien Plätze, die waren für die Pokémon gedacht, die mittlerweile leider verstorben sind. Also, setze ich euch mal so hin, dass das gut passt. So. Oh, mein Gott. Wie nice. So, die beiden Eier. Hier Yannick und Rigi Bang, unsere vor allem Opfer. Leider Rigi Bang, unsere vor allem Opfer. Können wir auch nie nachvollziehen. Na gut. Klausi, da werde ich dich jetzt erstmal einmal hier hinsetzen. So. Aber wir haben genug Auswahl eigentlich, wenn wir Ersatz brauchen. Also wir haben natürlich Scherani und Parsi, die im Moment der Pension sind. Wir haben Skungtang und wir haben Klausi. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Um einiges besser. Aber egal, Leute. Zero betritt dem Team bei. Guckt euch unser Team an. Mitalis, ein Pelipper, Rosarade, Gastrodon, Bronson und Stalus. Was ein bulkiges Team. Also, Mitalis ist das Einzige, was nicht wirklich bulki ist. Also, kann auch ein bisschen was aushalten. Aber der Rest, Leute. Die können sowas von einstecken. Es ist echt der Wahnsinn. Cool, Leute. Das Team hat sich stärker aufgebaut. Und ist auch um einiges stärker geworden. Nur sehe ich gerade, dass wir im heutigen Part jetzt noch nicht so vorangekommen sind. Wir haben jetzt noch 5 Minuten ungefähr. Da werden wir jetzt nicht so stark vorankommen. Aber ist mir total egal. Okay, wir haben 6 Minuten. Entschuldigung. Egal. Ist egal. Ungefähr nur. Hauptsache unser Team hat sich jetzt etwas weiter gebildet. Und ist jetzt um einiges stärker geworden. Und vor allen Dingen haben wir jetzt einen neuen VM-Opfer. Fürs erste jetzt. Natürlich. Ich will jetzt ungern mit Rigi da reingehen. Mit Rigi Bang. Aber wir brauchen ja zum Beispiel auch Cracks da. Und ich glaube, Stahlus kann das einsetzen. Wir werden uns das dann mal angucken. Ja. Zero kann das lernen. Dann gebe ich dir das erstmal. Damadam. Nach der Siegesstraße wird es eh wieder anders sein, Leute. Ganz sicher. Da geben wir wieder andere Attacken. Weil dann brauchen wir die Verhörungswahrscheinlich nicht mehr. Oh mein Gott, wie nice. Ich brauche dringend Herzschoppen, Leute. Weil ich glaube auch, dass Stahlus ganz gute Attacken noch vorher lernen konnte. Ich glaube, er kann den ganzen Zahn attacken, ne? Donnerzahn, Feuerzahn und so. Kann er, glaube ich, lernen, ne? Wie nice ist das bitte? Okay. Also irgendwann, wenn ich die Zeit habe, Leute. Wir haben sogar Erdbeam hier noch. Wir haben ja noch Erdbeam. Ne, fehlt mir gerade auf. Das muss ich Stahl ausgeben. Ja, komm. Dafür habe ich mir Erdbeam aufgespart. Ich werde es ihm jetzt geben. So, Joey könnte es auch lernen. Bartzi auch. Aber eure frischen Angriffe sind nicht so bombastisch, dass es sich das lohnen würde. Also es wird sich eher für Zero lohnen. Wollen wir ehrlich sein. Dir will ich jetzt Erdbeam gut machen. Obwohl, kannst du... Warte, stopp, stopp, stopp. Kannst du Erdbeam auch so lernen? Ich... Ich weiß es gerade nicht. Pass mal auf. Auch da muss ich nochmal gucken. Ich weiß nicht, ob er Erdbeam so per Level ablernen kann. Da würde es sich mehr lohnen, tatsächlich mit Herzschoppe im Erdbeam wieder so beizubringen. Oder vielleicht kann er es auch später per Level ablernen. Dann würde ich da lieber warten, weil ich muss hier leider TMs aufsparen, zur Sicherheit, ne? Ich finde es so schade, dass man die hier nur einmal einsetzen kann. Es wäre so viel praktischer, könnte man die mehrmals einsetzen. Okay, wir lassen es erstmal so, Leute. Sein Mufu ist ja gar nicht mal so schlecht. Wollen wir mal ehrlich sein. Ich gebe dir nur am besten jetzt schon mal ein Item. Fällt mir gerade so mal so auf. Was könnte ich dir Gutes geben? Ähm... Siegesang, auch nicht schlechte Magnet. Ne. Schlagersbild ja auch nichts mehr. Wir haben gar nicht mehr so viele Trage-Eintens mehr, ne? Siegesang, vielleicht gebe ich dir mal... So. Ich darf auf jeden Fall Zero nicht in irgendeinen Kampf schicken, wo er speziell offensiv angegriffen werden kann. Ich finde es auch schön, dass wir mit, ähm... Mit Schlagers so wenige Schwächen haben. Also, vor allen Dingen viele Schwächen abdecken. Vor allem, weil wir wieder Stahlpuppen haben, was natürlich wieder bombastisch lahm ist. Aber egal. Ach, ist das geil, Leute. Äh, Schlagersbild nur noch... Wie viele Schwächen hat er? Wasser, Feuer, Boden... Wasser, Feuer, Boden, Kampf. Das sind die vier, glaube ich, ne? Sind auch häufige Schwächen, aber die können wir eigentlich abdecken, soweit. Bin ich der Meinung. Aber stell dir mal vor, wir hätten Stahlpuppen tatsächlich auch in der Arena gehabt, ne? Das wäre um einiges einfacher gewesen, glaube ich. Aber guck dir das Ding an. Das Ding kann so viel physisch defensiv aushalten. Das ist echt der Wahnsinn. Habt ihr gesehen? Also, sowas wie Luxorpuppen hätte keine Chance gehabt. Ich meine, gegen Luxorpuppen musste ich ja kämpfen mit Joey und mit Barthi. War schon recht schwierig. Aber Stahlpuppen hätte kein Problem gehabt. Wirklich gar keins. Okay, so bleiben wir erstmal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter durch die Höhle durch. Kraxler haben wir jetzt ja drauf. Ich glaube, wir müssen ihm auch noch stärker beibringen. Führt keinen Weg dran vorbei. Wir haben echt einen Stahl aus, Leute. Ich fasse es nicht. So, ich werde mal mit Shiro vorne bleiben. Wir sind ja auch echt schnell damit. Guck mal, oh ne, da taucht sofort auf. Das hätte auch auftauchen können. Obwohl, der Schutz war ja aktiv. Also, wenn er nur maximal mit Level 44 auftauchen kann, wäre es was anderes. Aber man weiß es nicht. Gut, dass er nicht aufgetaucht ist. Sag ich mal unsterblicher, ich kann ihn in Zukunft sehen. Die meisten Psychos sagen, dass wir sterblicher sind und die wahrscheinlich unsterblich sein sollten. Genau so. Das ist richtig so. Mein Freund Markus. Alpollo. Oh, da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Ich weiß, Alpollo kann physisch defensiv nicht so viel aushalten. Aber so eine Geist-Attacke will jetzt wieder viel Schaden machen. Hm. Was mache ich da am schlausten? Ich kann ja auf Donnerschlag gehen. Aber Shiro müsste dann auf jeden Fall... Ich bin natürlich schneller, das war mir klar. Bei Alpollo, was ja nicht voll entwickelt ist. Aber es muss doch nicht reichen. Bei der physischen Defensive... Ja, okay. Was mache ich denn mit mir dafür Sorgen? Shiro hat einen so hohen physischen Angriff. Wow. Geht auch fett an vier Erfahrungspunkte. Okay, jetzt teilen die sich jetzt auch nicht mehr. Und da kommt Gengar schon. Okay. Und das ist eben die Ausnahme hier. Denn du bist wahrscheinlich schneller. Und eine Geist-Attacke. Und wir haben ein riesen Problem. Gengar ist echt gefährlich, Leute. Gengar ist scheißgefährlich. Verdammt schnell, verdammt stark. Und die Frage ist, was hast du für einen Movepool? Du kannst natürlich Geist- und Gift-Attacken. Kann ich natürlich Barzi reinwerfen. Weil hier wird es ja Sirius-Spielzahl-Vertragung ist jetzt nicht so gut. Deswegen würde ich ihn nicht reinwerfen. Barzi ist da auf beiden Werten ganz gut. Aber was kannst du noch? Du kannst mich nicht sehr effektiv treffen, ne? Und gehe ich jetzt in Barzi. Machen wir es mal so. Ich werde Gengar übrigens nicht ins Team nehmen, weil es zu fragil ist. Definitiv. Gegenstoß. Okay, Füße schreibt er an. Okay, das ist natürlich dann nicht der Rede wert. Hätte ich auch Stahlhaus reinwechseln können. Jetzt hätte er auf jeden Fall nur einen KP gemacht. So, weg mit dir. Und noch ein Gegenstoß. Ja, du kannst nicht richtig damit umgehen, glaube ich. Mit so einem Gengar. Damit greift man ihn speziell an. Hat er sogar noch weniger gemacht. So, Tschüssi-Koski. Das wirst du nicht überleben. Kein Step, was sehr effektiv ist. Nicht bei einem Gengar. Auch wenn die Spezialdefensive besser ist als die Physische. Das darfst du eigentlich nicht überleben. Nein. Okay. Wenn du nur Gift und Geist-Pokémon irgendwie hast. Das wollte ich sagen. Dann ist es kein Problem für uns. Okay, Simsalda ist schon was anderes. Aber das sollten wir handeln können, oder? Kriegen wir das hin? Obwohl ich schon recht Respekt davor habe. Das muss ich ehrlich sagen. Lichtkammer. Trickbetrug. Mein Freund, das funktioniert nicht, wenn du kein Item trägst. Wow. Trickbetrug ist ja eine Attacke, die tauscht dann die Items aus. Von einem selbst mit mir. Und ich trage hier ein Item. Ich trage... Was trage ich jetzt? Die Eisen... Denkst du hier? Die Eisentafel. Aber er trägt kein Item. Psychokinie ist okay. Aber das ist vierfach Resisted. Und genau deswegen macht das nix. Und das für eine Simsalda. Das hat ja auch genau so einen hohen Spezialangriff wie... Kengar ungefähr. Ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie viel stärker ist. Ich glaube, die haben nicht die gleichen. Oder zumindest ähnlich. Aber die sind beide stark. Aber das war hier gar nichts. Deswegen reicht es ja, wie man die Pokémon einsetzen muss. Genau. Oh, und verdammt die Erfahrungspunkte. Nice. So sei es. Ich werde dir nun deine Zukunft enthüllen. Aha! Meine Zukunft ist aha? Ich will mir mal was so zu sagen. In der Pokémon-Liga erwarten dich die Top 4. Aber das wusstest du bereits. Wow. Wahnsinn, Leute. Das ist ein echter Psycho. Aber im wahrsten Sinne, Leute. Okay. Wie ich sagen, das war es für heute. Im nächsten Part geht es weiter hier in der Siegestraße. Dann werden wir auch ein bisschen weiterkommen. Heute ging es ja eher nur darum, als Highlight Stardos. Also Zero ins Team-Off zu nehmen. Ich bin immer noch richtig gehypt darüber, Leute. Das ist echt der Wahnsinn. Okay, Leute. Wir sind beim nächsten Mal wieder. Vielleicht habe ich in der Zukunft wieder die Zeit genommen, um im Untergrund ein bisschen zu schauen, ob ich Herzschuppen finden kann. Wir werden sehen, Leute. Bis zum nächsten Mal also. Bis dann. Auf Wiedersehen.